Oh kacke Die ist gut Die ist gut? Jaa Zippo 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 Leider nein Ich verlange dass du den Mech in Zippo umbenennst Ja genau nennen ihn uns Wenn du mir sagst wie es geht mach ich sofort Du musst die Leute anschreiben Du musst dir einen Mech kaufen Kauf den nochmal Verkauf den und kaufen den nochmal Der wird das Eckler explodieren wenn er das Ding anmacht Da bin ich jetzt hautnah dabei Das will ich aber auch sehen Das schalst du erstmal an jetzt will ich mal sehen Warte mal Den will ich jetzt erstmal sehen Ich stehe in einem Baum drin ich muss es auch sehen Moment Moment So wo ist er? Ah hallo Zippo Dreh dich mal um Richtung Meer und schieß Ah halt lass mich weg Wieso läuft der nicht so Was? Das ist mega sauber Wie war das denn das? So lang Das funktioniert nicht lang Echt oder? Ja Ey das ist ja Was er abartig Feuer Oh Gott Was? Da ist ein lot of flames Ja ja Oh Gott Oh Gott Los Zippo Los Zippo Los Los Ich blei bei dir Ich auch Ich komm mit Ja Komm her Kleine Spider Ich drück das Ding ins Gesicht Zippo der feurige Komm her Komm schon du kleine Spider Ich will dich Ich brauch dich Ich brauch dich Ich brauch dich auch Ich auch los Komm wir doch näher Wir tauchen Er verschwindet Ich hab das Gefühl Das kann er doch nicht machen Er kommt nicht weit Verfolgt ihn verfolgt ihn Angriff Ausfallmanöver Los Ich helf dir Ich komm mit Ich wird geschossen Das ist nicht sehr schön Mincha Twix Scheiß drauf Mincha Twix Autsch Autsch Angriff Brecht auf die Linie Oh ich hab da drüben ein einzelnes Ziel Christoph ich hab ein einzelnes Ziel Verdammt Oh ich seh Ich seh Den Jäger mich Die PPC hat mich rausgenommen Obwohl halt 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 Komm mit Um die Ecke Ich komm Ich hab da Ah ich sehs Ich sehs Ich sehs Der Wraithman Los Brenn ihn weg Brenn ihn weg Brenn ihn weg Alter Ich seh nicht mehr Brenn ihn in der Hölle Ich bin abgeschalten Ich versuch nur seine Rückpanzung durchzukommen Der ist aber auch abgeschalten Er ist aber jetzt Weiter geht Russisch Roulette Los geht's Brenn ihn weg 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 Der ist wieder abgeschalten Brenn ihn weg Dreh nicht den Rücken zu Dein Rücken ist durch Von vorne Brenn ihn weg Brenn ihn weg Brenn ihn weg Brenn ihn weg Kacke Ok Was ist mit Sippo los Da drüben ist einer Der Blackjack Ich glaube den muss ich mal an Besuch abstatten Der braucht Feuer Sippo in Action Da drüben ist der Auf ein Brenn 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 Ich brauch nen schnellen Weg Ich bin zu lang Weiner drauf Direkt hinter dir Der haut ab Hinter dir! Hinter dir! Rechts! Rechts! Hinter dir! Jetzt links von dir dann! Der haut den mal ab, der Zweite! Der hat volle Angst! Das glaub ich, das glaub auch du! Den Victor! Ach der ist weit weg! Der Spyder, pass auf, der kommt jetzt gleich wieder links! Da links ist einer! Alter, das ist eh, ey! Der ist geflogen, der ist geflogen! Jetzt ist der Spyder überraschend! Der weiß nicht, was kommt! Jetzt links rein! Achtung, da kommt er gleich hoch! Und? Der ist weg, der ist weg, der ist weg! Oder so? Das ist nur 50 Meter, komm, voll raus! Der ist tot! Der ist tot! Wie schön ist das Ding, oder was? Hä? Jetzt können wir auch immer noch gewinnen, Alter! Der letzte, der letzte, oder? Nein, nein, wir haben noch mehr! 1, 2, 3, 4, 5, sagte schon, genug da! Drüben, das ist doch gut! Der Victor! Achso, der ist tot! Der hat kein Torso mehr! Ja! Silvobauer! Irgendwo links mit, ne, was? Ach, da hinten! Target acquired! Der Blackjack, der ist noch gut! Den könnte ich noch, den könnte ich noch dazu abstatten! Ein bisschen einschmelzen! Timo, ein einziger Schuss irgendwo hin und du stirbst! Ja, egal wo! Der hat so große Zeh! Der große Zeh ist doch gut! Den hat er eh schon verloren, also von dem her! Ja, das Cockpit ist auch noch gut, also... Vielleicht hat er ja Glück und sie treffen nur das Cockpit! Die rechte Seite ist doch auch noch ganz okay! Naja... So, ich überrasch gleich! Du musst Listen euch zeigen! Achso, der ist rechts! Voll drauf! Ne, ist schon, nein, das ist nicht so weit! Ich muss auf 50 Meter ran! Stimmt, ja, ne, oh Gott! Du musst Listen euch zeigen! Rechtsrum, rechtsrum, rechtsrum! Ne, bleib stehen, bleib stehen! Bleib stehen, bleib stehen! Ne, bleib stehen, bleib stehen! Leise, leise, dann holt er dich noch! Lauf den drauf! Lauf den, ne, ne! Lauf den drauf! Schnell! Hier ran, hier ran, hier ran! Schnell, schnell! Ja mach das so was сделать! Ich bin doch nicht weit mit ihm! Das heißt, ich muss doch nicht hin und gut dann hallo... Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up-Up! Der braucht eine schnellere Engine! Das ist das Einzige! Warte fulltimeute voll��안... Ich hab keinen Schaden gemacht! Guzo.... du hast ihn aber wirklich genervt du siehst nichts und du überhitzt der eine den er platt machte ich weiß nicht was es war der der viktor oder der hanschbeck der ist dreimal hintereinander ist der hat er sich ausgeschalten weil er zu heiß worden ist der viktor war sie waren nämlich noch mit ihm dran gestanden er hatte keine chance er hat gekotzt wahrscheinlich kommt er bleibt die ganze zeit kommt schon so ein def der nichts im torso drin brenn ihn doch weg kommt schon auf gott das war schrecklich moment was ist das für die pose das sieht aus als wäre drüber gestolpert das sieht aus als wir gerade was anderes mit dem weg machen das ist nicht schlecht aber du vergisst den terrorfaktor du brauchst wirklich jetzt aber noch was schnelleres beginnt er geht weg tja dumm gelaufen ist da die kanonen sind einfach zu mächtig für ihn der hat angst davor ich bin dafür wir schießen in den rücken rein und sagen einfach jemand anders hat ihn getötet wir schießen ihn an und sagen der davor ihm war es okay okay ich habe ein small laser drin ich könnte es machen ich habe eine AT20 ich könnte es auch machen aufs bein da regt er sich da immer so auf mach es bitte ein bein kann fehlen das das schadet ihm nicht ist halt ein bisschen langsamer kann er fliegen nein verdammt man kann jetzt humpeln ah verdammt verdammt bin ich da da der christoph der wollte dich anschießen du wolltest ihn anschießen was wolltest du ich hab was bitte nochmal wiederholt ist der christoph heute dich anschließend der tue ich als ich muss ihn ins genick schießen wollen sie denn das soll ich auf sie schießen weißt das du weißt du willst das nicht mein freundes wirst du nicht wollen sie das einschluss und du bist tot also du bist tot du wirst meine stumpf nicht überleben du wirst deine stumpf nicht überleben du wirst du nicht überleben wie ja wisst du was ich hasse dich alter was war das jetzt ich hasse dich ich hasse dich so unendlich ich hasse dich so unendlich ich hasse dich klager ich hasse dich so första Vielen Dank.